So, was geht? Hier ist der Yoshi Und ich wollte eine kleine Rundfrage starten Und zwar wegen Minecraft Jetzt würden die einen und anderen sagen, juhu, wieder Minecraft Die anderen würden jetzt wieder sagen, ach nee, dann schon wieder Es gibt Leute, die mögen meine Minecraft Let's Plays Es gibt auch Leute, die mögen meine Minecraft Let's Plays überhaupt nicht Das war auch mal der Grund, warum es abgebrochen habe Weil einfach zu viele gesagt haben, nö, blöd Ich habe aber nochmal ein neues Display gestartet Ein bisschen vorproduziert, aber darum geht es jetzt gar nicht Und zwar Wollte ich euch fragen Sollte ich nochmal Minecraft Servervorstellungen machen? Die kam auf dem einen Kanal gut an Jeder wollte eine Servervorstellung haben Wenn jeder seinen Server berühmt machen wollte Wenn jeder seinen Server mal hier Zeigen will Und ich war ja auch bei Sehr viel Servern Und Ich glaube, da habe ich auch sehr viele Leute drauf gebracht Durch diese Servervorstellung Aber egal So Da, ja, wollte ich mit euch darüber reden Ob Ob Ich wieder eine Servervorstellung machen soll Wenn ich eine machen soll Dann schreibt einfach in die Kommentare Ja, schieb ich gerne Servervorstellung Dann möchte ich Server Namen Die Server IP Und die TS IP von euch Gegeben Die TS IP Damit ich drauf joinen kann Und mit euch dann unterhalten kann Wie ihr sie haben wollt Was ihr daran haben wollt Und so weiter und so fort Versteht ihr? Gut Mehr ist das ja eigentlich nicht Ist das schwer? Oder Ekel Gut Also wenn ihr eine Microsoft Servervorstellung haben wollt Die Information steht noch bei der Beschreibung Dann Mache ich für euch gerne mal eine Servervorstellung Gut Dann Gibt es nichts zu sagen Haut rein